Hallo Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Ihr seht mich hier gerade, ich bin quasi in dem Spiel drinne und wir spielen jetzt ein bisschen Job-Stimulator. Ich habe das letzte Video davon, glaube ich, seit, oh, es ist Jahre her, wir sind hier gerade auf der Gamescom und ich werde mich jetzt live in das Spiel hineinbeben. Ihr seht das hier gerade, Leute. Ich bin jetzt quasi in dem Spiel drinne und jetzt geht es hier quasi schon los. Wir arbeiten gerade so im Kleinen. Geil, Alter. Wir können ja auf jeden Fall jetzt alles machen. Ihr seht mich quasi, wie ich in dem Spiel drinne bin. Und ich würde sagen, bevor jetzt irgendwer fragt, machen wir doch erstmal, boah, es sieht so, alles klar, ich habe es gegessen, okay, nice one. Oh, sorry. Was ist hier? Slushie-Maschine, okay. Muss ich jetzt erstmal hier den Laden öffnen oder was muss ich machen? Okay, Kamera. Let's open up this shop. You can start by cleaning off your counter. Ich muss das hier sauber machen, Alter. Ja, wo habe ich denn jetzt hier, ach Gott, Alter, was ist das hier? Lotterie? Kann man die hier selber bauen? Ne, kann man nicht. Warte, kann man hier wieder zurück hier, alles schön ordentlich. Okay, hallo. Ordentlich. Ja, scheiße, legen wir einfach hier hin. So, machen wir wieder. Die Schublade klemmt, Alter. Hallo. So, was haben wir hier unten noch? Ah, okay, ist das hier ein Schwamm? Okay, was ist das? Das legen wir mal hier hin. Okay, wo habe ich hier einen Mülleimer oder sowas? Gibt es hier irgendwie? Ah, ich muss da vorne reinwerfen. Ich sehe schon, okay. Nice. Nice. Sehr schön. So, was ist das hier? Dann legen wir mal hier oben drauf. Okay, gut. Wo ist der nächste Kunde? Alles klar, was kauft der? Was kauft der? Was kauft der Typ? Okay, wir sind komplett arm. Wir haben gar keine Krüste. Hallo? Trying a strange favorite, okay? So, dreimal durchgescannt, damit wir natürlich das Doppelring jetzt. Was will sie von mir haben? Ein Mietzylinder, Alter? Was ist das? Ein davon Mietzylinder, hä? Okay, ich denke, das hier? Will sie eine Wurst haben? Oh, scheiße, ist eine Wurst runtergefallen. Ah, okay. Ich glaube, sie will so eine Wurst haben, oder? So, hier. Ja, ja, chill. Ich muss mal hier auch noch Senf drauf machen, Alter. Wo haben wir denn hier? Was wollt sie haben? Haben wir hier keinen Senf? Hallo? Ach, scheiße, ja, hier. Bitte schön. Hier. Was? Ja, dann kommt er mir in die Tüte rein. War hier. So. So. Ich habe schon wieder den Kameramann gehauen. Es tut mir leid. Dankeschön. Ah, Leute. Geil, das erste Ge... Oh, nein! Ah, nice. Okay, es kommt zurück. Wir legen das Hotdog hier mit rein. Okay, was wollen sie jetzt? So, jetzt raus hier. Fertigen Hotdog legen wir mit rein. So. Hallo, geht doch zu... Mann, legen wir es halt da hin. Das wird schon irgendwer kaufen. So, nächster Kunde hier. Ah, hier ist Senf. Komm mal. Alter, wer liebt es nicht? Sieht ein bisschen Senf in die Augen. Oh, sorry. Tut mir leid. Ja, bitte. Sie hätten gerne. Klar, machen wir. Hier wird keiner verarscht. So. Bitteschön. Ja, gerne. Und jetzt? Ah, okay. Flosen Slushy Delights. Battery Acid. Ja, klingt sehr gut. Batteriesäure auf jeden Fall. Was für Jumbo Size? Ach, Digga. Komm mir doch damit... Junge, Mann. Jumbo Size gibt es nicht, Alter. Komm, hör auf. So, hier ein bisschen. So, machst du ein bisschen Special-Ding von mir. Noch ein bisschen Senf mit da rein. So. Pass auf, ich habe mir noch was ganz Feines für dich. Komm mal hier. Achso, sorry. Hier, bitteschön. Und nächster. Geld her. Achso, ich muss jetzt wirklich... Ach, Mann, Alter. Komm hier, so. Ein bisschen Ketchup da mit rein. So, hier. Oh, I love this face of sugar. Oh, you're very good at standing. Danke. Would you pass that to me? Was denn? Kann ich jetzt... Gib mein Geld her, los. Geld her. Geld her. Geld her. Dankeschön. Raus. Wo ist der Kommissar? Raus. Raus, raus, raus. So, hier ist noch ein Brandes Würstchen. Nächster hier. Komm, wer will was? Wer will was von mir? Was hätten Sie gerne? Ich nehme eine Papier-Copie von gesternes Neubes. Alles klar, hier. Sie haben gesagt, 10 Stück davon wollen Sie, oder? Natürlich, machen wir. Hier, bitteschön. And I'll take my daily lottery ticket as well. Hier, bitteschön. Mann, du alte, dumme... Oh, dear. I'm feeling a little faint today, dearie. Do you think you could scratch that lottery ticket for me? You can use my quarter. Oh, Mann, Alter. Hier, verloren. I guess I won't be getting no subgrates today. Das ist meine. Geld her. Let me just write you a check for those. Was ist das denn? Was ist das? Da kann ich noch nichts mit anfangen, Alter. Okay, wenn das funktioniert, ich weiß ja nicht. Oh, what a fine young human you are. Raus, raus, raus. Raus, raus, raus. Nächster. Yeah, bro, it's a buyer's market. They're looking at me like I'm crazy, you know? Hey, hier drin wird nicht telefoniert. No, no, I'm talking to you. No, you. Hier. Yeah, you. You got the hat dog already? Hier drin wirklich telefon... Oh, Gott. Oh, hier drin wird nicht telefoniert, Alter. Oh, I hear you, bro. Hot dog, I was talking about you. I want some gum. I want to buy some gum already. Jeez, when is this your first job? What the f***? Was machst du mich so dumm an, Alter? Oh, I hear you, bro. Oh, ich hasse dich, Alter. Oh, sorry? Maaan. Sorry, du dummes Arsch, Alter. Ach, jetzt geh ich jetzt erstmal schön 30 Mal durch, mein Freund. So, ja, komm. Geld her. Hallo. Kollege, willst du deine Brille wiederhaben, oder? Pass auf, möchtest du deine Brille wiederhaben, oder nicht? Okay, gut. Die nehme ich dir ab. Das ist jetzt meine Brille. Entweder du bezahlst mich jetzt, du Penner, oder du... Ach, er will... Ach so, was will er noch haben? Ah, hier, Gigabyte. Ja, klar, kriegst du hier. So, bitteschön. So. Halt die Fresse, Alter. Gib mir mein Geld. Junge, Junge, Junge. Das ist eine Dreistigkeit unterm Herrn, Alter. Ich lasse nicht mit mir reden hier so. Geld her jetzt, komm. Raus jetzt. Mann, ist da so ein Schokoladen hier, Alter. Bitteschön. Now you stay here for a minute, dearie. Mommy needs to use the little box room. Sugar. 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 Gimme sugar. Maul. Okay, du willst Schokolade haben? Yummy. More. More. Victor. Hier. Yummy. More. More. Mein Gott, Alter. Ich geb dir leicht. So ist ja unvorstellbar, die Kinder von heute. So, hier. Hallo. Hast du jetzt genug? Ich scanne deiner Mutter noch ein bisschen Senf durch. All right, Junge. Sorry about the weight. Have you brought up our order? Was willst du? 211, 262. Money? Okay, here. Dankeschön. What did you do to my darling? Come back here. Raus. Und der nächste. You did the right thing there, Junge. Just do whatever the customer wants. Oh, ist ganz schön heiß hier, Alter. Oh. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war's von diesem wunderschönen Part von Job Simulator. Komm, verpiss dich jetzt raus in meinem Laden, Alter. Hau ab. Junge, gib mir deine Kappe. So. Gib mir deine Brille. Weg damit. Hier ist ein Aschenbecher in den Kopf. Leute, das war's. Lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.